Hallo, ihr wunderbaren Löwegeborenen und Löweaszendenten. Herzlich willkommen zum Monatsfoskop Liebe und Leben im Mai mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Das wird ein geselliger Monat für euch. Bestimmt erhaltet ihr viele Einladungen zu Frühlingsfesten oder Geburtstagsfeiern. Beruflich habt ihr allerdings einige Herausforderungen zu schultern, aber ihr kommt auch gut voran. Wie ihr gleich noch sehen werdet, gibt es einige Themen, für die sich eine persönliche Beratung lohnen würde und ihr könnt euch deswegen jederzeit an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. In meiner Verlosung könnt ihr diesmal eine Chiron-Beratung gewinnen. Dabei schauen wir uns genau an, wo der innere Erheiler in eurem Horoskop steht und wie ihr den aktuellen Chiron-Transit für eure persönliche Entwicklung nutzen könnt. Einzelheiten zur Verlosung gibt es am Schluss des Videos, also bleibt dran. Es tut sich einiges am Sternenhimmel für euch. Letzten Monat hat Chiron das Zeichen gewechselt. Er läuft jetzt durch den Widder und bildet damit harmonische Aspekte zur Löwesonne. Schaut euch dazu auch mein Special über Chiron an. Der zweite Teil ist jetzt auch online und er heißt Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Jetzt im Mai kündigt sich das nächste kosmische Großereignis an, nämlich der Eintritt von Uranus ins Zeichen Stier. Das ist für die Löwe Geborenen von großer Bedeutung, denn der Veränderungsplanet wird dann in einen Spannungsaspekt zu eurer Sonne gehen, nachdem er zuvor sieben Jahre lang vorteilhaft für euch stand. Positiv wirkt er übrigens weiterhin hier noch aus dem Widder heraus für die Geburtstagskinder vom 21. bis 23. August bis Mitte des Monats und auch nochmal von November bis März 2019. Dann empfindet ihr diese Impulse von Uranus eher als angenehm und bereichernd. Doch wenn er dann endgültig in Spannung zu eurer Sonne geht, empfindet ihr Veränderungen und Wechsel der Lebensumstände eher als störend oder chaotisch. Es kann ein schwieriger Weg werden, diese neuen Anforderungen zu integrieren. Vielleicht gibt es beim Partner eine Veränderung im Job und er muss in einer anderen Stadt arbeiten und ihr müsst plötzlich eine Fernbeziehung führen oder Menschen, die euch nahestehen, ziehen weg oder es steht an, eine Beziehung zu beenden, die nicht mehr funktioniert. Versucht in solchen Entwicklungen die Chance zu sehen und nicht die Krise. 2018 steht der Mondknoten noch in eurem Zeichen und wenn Menschen aus eurem Leben verschwinden, werden dafür andere kommen, die euch gut gefallen. Interessanterweise wirken beide kosmische neue Einflüsse auf die gleichen Geburtstagskinder, nämlich die Geborenen vom 22. bis 24. Juli. Sie empfangen gleichzeitig den Wachstumsaspekt von Chiron und den Unruheaspekt von Uranus. Wenn es gut läuft, werdet ihr dadurch in eurer Persönlichkeitsentwicklung ein großes Stück weiterkommen. Übrigens können natürlich auch andere Planeten oder Faktoren in eurem Geburtshoroskop diese Einflüsse empfangen, wenn sie in den ersten Graden des Zeichens Löwe stehen. Das müsste man dann in einer persönlichen Beratung klären oder ihr meldet euch in meinem Webinar Antonias Sterne an. Da können wir das auch nachschauen. Jetzt schauen wir uns die aktuellen Konstellationen im Mai der Reihe nach an. Der Monat beginnt mit sehr erfreulichen Tendenzen für euer soziales Leben. Es gibt Einladungen, es gibt die Chance zu Begegnungen und wenn ihr noch Solo seid, könnt ihr wunderbar neue tolle Leute kennenlernen. Die Venus steht in einem freundschaftlichen Aspekt zu eurer Sonne im Zeichen Zwillinge. Ihr bekommt viele Einladungen und geht gerne mit Freunden aus. Wenn ihr beruflich viel netzwerkt, ist es auch eine sehr gute Phase, um neue Kontakte zu knüpfen und die bestehenden zu pflegen. Und das macht auch noch Spaß. Die Sonne steht im Stier in eurem kosmischen Haus der Karriere und die ganzen Planeten im Steinbock knubbeln sich bei euch im Jobbereich. Jupiter im Haus der Familie zeigt, dass ihr mit Unterstützung von euren Lieben rechnen dürft. Die euch gern den Rücken frei halten. Zur Monatsmitte spürt ihr dann, wie die ganze Energie sich verändert und wie ein neuer Wind durch euer Horoskop weht. Da wechseln dann drei Planeten gleichzeitig das Zeichen. Zuerst geht Merkur ins Zeichenstier, gefolgt von Uranus und dann am nächsten Tag wechselt der Mars das Zeichen und geht in den Wassermann und damit in euer kosmisches Partnerhaus. Gleichzeitig haben wir am 15. Mai auch noch einen Neumond und zwar im Zeichen Stier. Damit wird bei euch schon im Mai ein super heißer Sommer eingeläutet, in dem es in der Liebe zu reichlich Chancen, aber auch Komplikationen kommen kann. Das liegt auch sehr am Mars, denn der wird im Sommer rückläufig im Wassermann und aktiviert damit euer Partnerhaus insgesamt bis zum 9. September. Wenn euch diese kosmischen Zusammenhänge ernsthaft interessieren, dann solltet ihr die Neumondphase nutzen, um in diese neue Energie hinein zu spüren. Der Mars zeigt nicht nur partnerschaftliche Aufregungen an, sondern der Uranus weist auch darauf hin, dass es in eurer Karriere zu plötzlichen Umbrüchen kommen kann. Und beides kann sich bedingen, wie ich eingangs schon sagte. Eine berufliche Entwicklung kann zum Beispiel dazu führen, dass in eurer Beziehung einer woanders hinziehen muss oder ähnliches. Und der Mondknoten in eurem Zeichen bedeutet eben auch, dass neue Menschen eure Wege kreuzen. Das ist wunderbar, wenn ihr noch Solo seid, kann aber in bestehenden Beziehungen für einige Verwirrung sorgen. Ihr solltet also die Neumondmeditation dafür nutzen, euch damit zu beschäftigen, wie ihr neue Entwicklungen in eurem Leben integrieren wollt und könnt. Vielleicht gibt es ja schon ein Projekt, was größere Umwälzungen erfordert oder ihr spürt, dass da was im Busch ist. Und außerdem, man muss es leider sagen, ist in diesen Tagen um die Mitte des Monats auch die Verletzungsgefahr etwas erhöht. Also gerade wenn ihr ganz zu Anfang Löwe-Geburtstag habt, passt da ein bisschen auf euch auf und geht möglichst keine Risiken ein. Macht nichts Riskantes, sondern macht alles ganz in Ruhe und ganz bedächtig. Diese ganz starke Spannung lässt im Mai aber dann erst mal schnell wieder nach. Schon ab dem 17. kommt euch der Kosmos mit konstruktiven Aspekten zur Hilfe. Ihr seht dann den größeren Zusammenhang und spürt, wie ihr durch diese Herausforderungen über euch selbst hinauswachsen könnt. Am 19. Mai geht die Venus ins Zeichen Krebs und aktiviert dann für die kommenden dreieinhalb Wochen euer kosmisches Haus der Spiritualität. Das kann eine gute Phase sein, sich ab und zu mal in der Stille über diese möglichen neuen Entwicklungen Gedanken zu machen. Am 21. Mai um 4.14 Uhr morgens geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Zwillinge. Sie bildet dann gleich ein paar interessante Aspekte mit Chiron und Mars, die sehr konstruktiv sind und euch vieles in einem positiveren Licht sehen lassen. Vor allem, wenn ihr als Coaches, Heiler oder als Evolutionsagenten unterwegs seid, dann fühlt ihr euch ganz am richtigen Platz und seid mit euch im Reinen und macht wahrscheinlich schon Pläne für die Zukunft. In der Liebe steigen die Chancen für Sololöwen, besonders die Damen unter euch, auf einen interessanten und witzigen Verehrer zu treffen. Das gilt zunächst besonders für die erste Dekade des Löwezeichens. Und bis zum Monatsende setzt sich diese positive Tendenz fort. Am 29. Mai ist dann der Vollmond in den Zeichen Zwillinge und Schütze und er steht sehr positiv zur Löwesonne. Er kann euch neue Perspektiven bescheren, sodass ihr die ganzen Entwicklungen, die sich für euch auftun, als Chance sehen könnt. Die Konstellationen sind sowohl für Löwen auf Partnersuche günstig, als auch wenn ihr in einer festen Beziehung seid. Ihr werdet Rückhalt bei eurem Partner und bei eurer Familie finden, wenn es schwierig wird. Am 30. wechselt dann noch der Merkur das Zeichen und geht in die Zwillinge und aktiviert dann euer Haus der Freundschaft. Und die ganzen positiven Tendenzen wirken bis in die erste Juniwoche hinein. Das waren eure Konstellationen im Mai. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebessituation für euch entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 11. Mai um 17 Uhr. Dabei kann mir jeder eine Frage zum Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel auch nutzen, um zu erfahren, welchen Einfluss von Chiron oder Uranus ihr gerade erlebt. Mein Chiron-Video hat ein riesen Echo ausgelöst. Das ist für ganz viele ein großes Thema, Chiron als inneren Heiler zu entdecken. Deshalb biete ich euch einen neuen zweiteiligen Workshop an mit dem Titel Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und zwar am Donnerstag, den 17. Mai um 18.30 Uhr und am Freitag, den 18. Mai um 17 Uhr. Und dazu gibt es auch ein Geschenk. Mehr darüber erfahrt ihr im zweiten Teil meines Chiron-Specials. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Chiron-Beratung bei mir zu gewinnen. Darin erfahrt ihr alles darüber, wie ihr mit Chiron zur Heilung und Persönlichkeitsentwicklung finden könnt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaften der Sterne informieren können. Also einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch jetzt auch den zweiten Teil meines Specials über Chiron an, Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.